Die Datenschutzkommission gegenüber der Datenschutzkommission. Das Problem aber ist, das ist die Datenschutzkommission. Die Datenschutzkommission. Und wenn man über die Datenschutzkommission redet, der Datenschutzkommission, das Hauptproblem der Datenschutzkommission, Rechtssicherheit, Datenschutz, da und dort Vorratsdatenspeicherung. Der Datenschutzkommission. Der Datenschutzkommission, damit ist dieses Problem gelöst. Und die große Datenschutzreform. Sehr geehrter Datenschutzsekretär, Datenschutzgesetzesnovelle und Datenschutzkommission. Die Datenschutzkommission, Datenschutzkommission. Der Datenschutz, den Datenschutz. Diese Datenschutzkommission, Datenschutzbehörde. Dort sehen wir diese neue Datenschutzbehörde. Der Datenschutzkommission, Datenschutzkommission. Datenschutzkommission, Datenschutzbehörde, Datenschutzgesetz. Datenschutzkommission oder die zukünftige Datenschutzbehörde. Den kleinen Datenschutz, der großen Datenschutz. Bisschen ungewöhnlich vielleicht. Und das erinnert mich jetzt an direkte Demokratie. Der Datenschutzgesetznovelle. Ich weiß, man macht es nicht gern, aber wir wollen bis zum letzten Tag. Datenschutz. Hurra! Datenschutz. Datenschutzkommission. Datenschutz ist Datenschutzmissbrauch. Daten. Datenschutzkommission. Respekt für Datenschutz. Gewisse Ideen von Datenschützern. Datenschützern. Videoüberwachung. Videoüberwachung. Sie erinnern sich sicher an die Videoüberwachung. Kamera, Aufnahmen. Und ich glaube, das ist der richtige Weg. Öffentlichkeit. Dort muss man mit dem Datenschutz ein bisschen vorsichtiger sein.